Um zwar meine Genossen und Genossinnen, die mir auf YouTube die Treue halten. Heute will ich auf ein Video reagieren, das schon ein paar Tage alt ist, um zwar geht es über das Video, in dem Leon Frank Treibers Nächte sind lang singt, in der Zeit, wo Leon das Video gemacht hat, hat Leon extrem viel, mit erzeugt, sodass ich gar nicht mehr hinterhergekommen bin zu reagieren. Deshalb will ich das jetzt nachholen. Aber erst nochmal Werbung in eigener Sache abonniert bitte meinen Zweitkanal, falls mich Leon wieder meldet. Danke an die Leute, wo mich schon abonniert haben. Okay, legen wir los. So, Servus Leute, habe die Ehre, ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Habe die Ehre, Leon. So Leute, jetzt reicht's. Das war noch die Zeit, wo Leon diesen Fake-Dialekt gesprochen hat. Den fand ich sehr anstrengend. Echt? Ich muss schon grinsen, aber auf der einen Seite ist es nicht lustig. Dieses Grinsen ist genauso unecht wie der Dialekt. Weil, was ihr gemacht habt, ihr seid wirklich einmal plämpläm da draußen. Sagt derjenige, der sich eine eigene Band zusammen lügt. Ihr habt sie nicht mehr alle Latten an zusammen. Ich verkneife mir es, jetzt einfach einen Kommentar abzugeben. Mit diesem schlecht nachgemachten Dialekt kann ich niemanden ernst nehmen. Hat, oder es sind bestimmt noch mehrere, haben Fake-Profile aufgemacht, Fake-Profile und sich Bilder aus meinem Privatarchiv geklaut. Rege dich doch noch mehr darüber auf, dann werden es sicher weniger Fake-Profile. Und haben diese Privatbilder als Profilbild verwendet. Wenn du die auf Facebook hochgeladen hast, sind die nicht privat, sondern öffentlich. Leon Ganz ehrlich, habt ihr auch noch alle Tassen im Schrank? Wenn Leon fragt, ob man alle Tassen im Schrank hat, kann ich das wirklich nur belächeln. Wie kopfgefickt und asozial muss man denn sein, dass man sowas macht? Ja toll, Leon wird wieder ausfallend, der lernt das glaube ich wirklich nicht mehr. Wie man sich zu benehmen hat. Ihr seid krank. Ihr seid einfach nur krank. Aber was bist du, Leon? Ihr könnt in die Psychiatrie eingewiesen. Okay, wenn du das sagst. Und was ich da gefunden habe. Und zwar wurde ein Fake-Profil aufgemacht, der nennt sich... Meine ich das nur, oder Leon spricht sein Dialekt jetzt noch absichtlich dümmer aus? Vermutlich macht er das, um seine Wut zu verstecken, armer Leon. Weil er nicht damit klarkommt, dass sich alle über ihn im Internet lustig machen. Ich weiß nicht, ob Leon gebildet genug ist, um zu wissen, was da war. Hopp ist die doch alle. Bei euch setzt der Verstand aus, würde ich sagen. Aber ich betitel das an alle. Ich habe keinen einzigen Fan-Club. Das hast du nicht zu entscheiden, Leon, weil ja jeder einen Fan-Club aufmachen darf, der will. Da braucht man keine Genehmigung von niemandem. Da gelten nur die Regeln, wo es gibt, um einen Verein zu gründen. Selbst du könntest einen Rebecca-Wing-Verein gründen. Wenn du magst. Keinen einzigen Fan-Club habe ich. Und was ihr Schweinepriester da gemacht habt. Ah ja, wirklich, bei aller Liebe, ihr habt es ja nicht mit allen anderen zusammen. Schön wieder beleidigend werden, zu seinen eigenen Fans. Wer ist hier nicht sauber? Erst wird so ein Schworn aufgemacht. Leipziger Fan-Club. Grüße gehen raus. Der Leon Elektronik Leipziger Fan-Club. Diesen Müll. Erst wird der Scheiß aufgemacht. Wie kann man nur so zu seinen Fans sein? Dann wurden immer mehr andere Fake-Profile aufgemacht. Von Bildern, die ihr euch aus meinem Privatarchiv rausgeklaut habt. Von Facebook. Wenn das jeder einsehen kann, ist das nicht mehr Privat-Leon. Wo ihr keine Rechte zu habt. Nein, Leon, es kommt immer drauf an, wie man diese verwendet. Und dann macht er so gerabant und blöd und so asozial, dass er hingeht und sagt, er macht ein neues Profil auf. Man nennt sich das Leon Elektronik Mauthausen. Fan-Club. Ich glaube immer noch nicht, dass Leon das auch versteht mit Mauthausen. Habt ihr alle Lappen am Zaun? Bei euch setzt der Verstand komplett aus. Ja, okay, Leon hat extrem viel Verstand. Natürlich, der ist uns allen haushoch überlegen. Und jetzt kommt das Allerschärfste. Und hast du nicht gesehen, dann bin ich drauf gestoßen, dann gibt es noch was. Noch ein Fake-Profil. Der nennt sich, dieses Fake-Profil nennt sich Leon Elektronik Fan-Club. Und da hab ich da mal reingeschaut, was da für Videos drin sind. Und da habt ihr doch tatsächlich, ihr Idioten, aus einem Video von mir, eine Szene rausgeschnitten, wo ich herzhaftes Lachen angefangen hab. Und das habt ihr zusammengeschnitten. Ich finde das extrem lustig, hat auf jeden Fall mit dem Potenzial. Wo ich sag, da rattert es am falschen Verstand mit euch. Was, es rattert am falschen Verstand. Leon wirft willkürlich irgendwelche Redewendungen zusammen. Man könnte fast sagen, Leon misshandelt die deutsche Sprache. Leidl, und was ist passiert? Ganz einfach. In diesem Video, wo meine Lache mit reingeschnitten worden ist, da wird gezeigt, wie der Oliver Bocher geschlagen wird. In der Öffentlichkeit. Und dann danach wird meine Lache mit reingeschnitten. Das Internet macht sich über dich lustig. Und jetzt? Über so ziemlich alle Pomis gibt es irgendwelche Memes. in dem die aufs Korn genommen werden. Und er wird sich da noch drüber aufgegeicht. Leon Elektronik lacht Oliver Bocher aus. Der Mann ist ja angeblich auch ein Komiker. Sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Seid ihr doch bescheuert? Seid ihr da draußen noch komplett bescheuert? Das, was ihr da macht, das ist Rufschädigung. Eine Rufschädigung gegen mich. Jeder sieht doch, dass es zusammengeschnitten wurde. Zumindest Leute mit Restverstand. Deswegen ist das auch kein Rufmord, meiner Meinung nach. Ich würde niemanden auslachen. Und schon gar nicht, wenn da Gewalt im Verzug ist. Aber drohen geht vollkommen klar. Weil Gewalt gehört sich nicht. Egal wer es ist. Aber Leon droht trotzdem mir mit Gewalt. Wir haben uns da mal gleich richtig verstanden. Ihr seid nicht mehr normal. Ich bezweifle, dass Leon normal ist. Ihr seid das Allerletzte wirklich. Ich halte es für das Allerletzte, anderen Leuten zu drohen. Und was dann auch noch frech ist, dass es mittlerweile schon Telegram-Gruppen gibt, in denen sich da aufgegeilt wird, in dem und zwar meine, sogar meine private Telefonnummer umgeht. Pass halt in Zukunft besser auf mit deinen Daten. Und dann ist noch Folgendes passiert. Vor kurzem, wo ich mir denke, ihr habt nicht mehr alle Lappen am Zaun. Dann wurde doch tatsächlich erneut von euch Arschlöchern weitere Lieferdienste in meinem Namen angerufen. Ihr Arschlöcher, ihr Arschlöcher da draußen, habt Sachen und Schäube und zwar Lieferdienste über meinen Namen angerufen. Ich halte das nicht für okay, aber wenn du so eine Ansage machst, wird das auch nicht weniger. Habt ihr diese Lieferdienste daher geschickt? An meine Haustür, an meine persönliche Haustür? Euch ist klar, das, was ihr da hergeschickt habt, was ich auch noch hätte bezahlen dürfen, euch ist klar, dass das Essen, was ihr mir zugeschickt habt, und das an einem Abstand, das hast du nicht gesehen. Das ist alles Lebensmittelverschwendung. Okay, Leon. Aber wenn du dich so aufregst im Internet, wird das auch nicht weniger. Eine brachiale Lebensmittelverschwendung. Andere Menschen müssen hungern und ihr spielt so mit dem Essen rum? Ja, toll, stache die Leute noch weiter an dir etwas zu bestellen. Ist ja nicht so, dass du die Leute im Internet nicht auch ein wenig provozierst. Auch wenn das nicht in Ordnung ist, dir etwas zu bestellen, du trägst auch ein wenig Eigenverantwortung. Dazu. Besonders da du weißt, dass deine Adresse bekannt ist. Mit dem Essen spielt man nicht. Wie krank seid ihr eigentlich? Aber woanders müssen Menschen hungern. Und ihr spielt so mit dem Essen rum? Man hört einfach die Aggression aus Leons Stimmlage. Es scheint ihn zu beschäftigen. Wenn ich was zum Essen will, dann kaufe ich es mir selber. Denke nur einer an die Wurst aus dem Livestream. Dann brauche ich nicht solche Arschlöcher wie ihr, die sich da hinsetzen und aufgeulen. Ich muss doch gleich mal richtig verstellen. Hä? Das muss doch gleich mal richtig verstellen. Und ich gnade euch Gott, wenn ihr so weitermacht, mit diesen Essenslieferanten in meinem Namen anrufen, diesen Anrufbetrug unter meinem Namen, wenn ihr damit weiter rumzündelt, dann setze ich, und zwar meinem Rechtsanwalt, dann setze ich einen ausgebildeten und zwar einen ausgebildeten Rechtsanwalt ein, der sich nur für dieses Thema und zum Betrug spezialisiert hat. Wie hat dein Rechtsanwalt nicht studiert? Aber mal Spaß beiseite, es ist leider schwierig, an solche Leute ranzukommen. Und auch mit der Datenschutz und hast du nicht gesehen, dann nehme ich es mit euch auf und dann werde ich dafür sorgen, dass ihr für all den Derts bezahlen werdet und dann werdet ihr in Haft kommen für den Betrug, was ihr macht. Okay, Leon, mach Halt! Und ich kann nur allen da draußen jeden einzelnen Lieferdienst sagen, die Leute, die euch anschreiben oder anrufen und sich als mich ausgeben, sperrt diese Wichser. Das sind Betrüger. Das sehen natürlich jetzt alle Lieferdienste, Leon. Und hören auf, die etwas zu liefern. Das sind Betrüger, die nichts Besseres im Kopf haben, als einen Menschen wie mich zu belästigen. Und jetzt frage ich diese Leute mal, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich erst einmal anfange, anfangen aufzudrehen und mit euch das gleiche Spiel mache? Du weißt doch nicht, wo die Leute wohnen, wo das machen. Findet ihr sowas gut? Sowas kann man nicht gut finden, sowas ist herzlos. Herzlos und einfach nur krank im Kopf. Aber mir zu drohen ist nicht herzlos, Leon. Und asozial und bescheuert. Und an diesem Mensch kann ich nur sagen, die sowas machen. Ihr seid die größten Arschlöcher. Die allergrößten Arschlöcher. Und dann ist es noch gar nicht so lange her, einer auftaucht und hat, solche und schreibe, über in meinem Namen einen ganzen Karton voll mit Bier auf meine Adresse bestellt. Die habe ich aber wieder zurückgehen lassen. Ja, okay, das ist dein Recht. Weil ich hätte dafür bezahlen müssen. Und das waren locker zwischen 160 und 220 Euro. Das ist aber eine große Preisspanne. Ich bin auch zwischen einem 1,60 Meter und 2,20 Meter groß. Aber was war das für teures Bier, Leon? Würde mich echt interessieren. Und dann sage ich, da setzt der komplette menschliche Verstand aus. Erst spielt ihr mit dem Essen rum und zwar bescheißt Lieferdienste nach Strich und Faden und das unter meinem Namen. Ihr falschen Schlangen. Und dann und zwar und dann begeht ihr noch unseren Betrug mit Brauereien. Jetzt seid ihr auf Leons Todesliste. Das mit Brauereien geht ja mal gar nicht. Ihr habt sie nicht mit alle Tassen ab dem Schrank. Ihr Menschen seid brachiale und zwar ein Idioten. Ein Idiotenpack von der letzten Sippe. Und eins garantiert euch, wenn ihr so weitermacht oder irgendein Arschloch noch meint, er muss mich an meiner privaten Adresse aufsuchen. Dann geht's erst richtig los. Dann bringe ich euch in die Forensik. Leon, bitte keine Leute mehr anstacheln. Und ich bring euch in den und ich bring euch in den Bau. Der steht fest. Pass auf, dass du da nicht landest. Jetzt ist Schluss. Mir reicht's. Ich hob die Schnauze voll. Seid nicht mehr ganz sauber in eurer Scheißbirne. Und lasst euch auch noch einmal einfallen, noch irgendeinen anderen Betrug zu machen. Ich gnade euch, Gott. Ich bring euch in den Knast. Der steht fest. In diesem Sinne. Okay, Leon. Dann mach das. Verabschiede ich mich noch. Das ist eine letzte Abschance, als ihr. Ich hab euch nichts zur Fliege getan. Und ihr geht so auf mir rum, dass es auch Frechheit ist, sowas. Und an solche Leute, die solche Fake-Profile aufmachen und von Scheiß reinsetzen, denen werfe ich ihr an den Kopf, ihr Arschlöcher, ihr asoziales Mistgesindel, ihr Drecksäue, ihr elendlichen Drecksäue. Und das findet ihr lustig, ja? Findest du das lustig, mein Freund? Das ist nicht mehr lustig. Du bist der Nächste, der in die Forensik kommt, den ich in den Knast bring. Leon kann man halt nur ernst nehmen. Ja. Und das da, was ich da gesehen hab, das geb ich weiter. An die Polizei und dem Anwalt. Und dann wird's krachen, dann schlägt die Bombe ein. Und natürlich auch an das LK. Weil mir reicht's. Und kommt meine Adresse noch einmal zu nahe, dann droht euch euer schlimmster Alp drauf. Einer von euch noch, der sich hier noch einmal an meiner privaten Adresse zu schaffen macht, den Gnade ich Gott, dem lass ich's dreckig gehen. Da steht fest. Toll wie Leon seinen Fans droht. Und irgendein Idiot, der meint, er muss mich noch einmal in meinem Privatleben verfolgen, dann werde ich's euch gewaltig zeigen. Dann zieh ich euch vor Gericht. Und dann werdet ihr bestraft und ich werde schon Ersatz rausholen und hast du nicht gesehen. Und dann kommt ihr in den Knast. Jetzt ist genug. Jetzt langt's. Leon, es reicht mit deinen Drohungen. Und weswegen am Essen, sag ich euch noch was, mit Essen spielt man nicht. Wo anders müssen Menschen hungern auf der Welt. Die können sich auch nicht einmal so ein gutes Essen leisten. Das hat er schon mindestens dreimal gesagt. Und zweitens die Arbeit was sich da Lieferdienste machen das Essen zu kochen und hinterher können sie es weg schmeißen und das alles wegen euch Arschlöchern. Und das nennt man noch Lebensmittel Verschwendung. Und an diese Menschen die sowas machen wie hier bei meiner Privatadresse mit Lieferdienste und hast du nicht gesehen. An diese Menschen kann ich nur sagen das Essen was da weg geschmissen worden ist euch soll ich Angst ihr solltet mal und zwar ihr solltet mal wirklich hungern ihr solltet mal sehen wie es ist wenn man wenn man hungert wenn man nichts mehr zum essen kriegt damit man merkt dass man mit essen nicht spielt So eine Erfahrung würde Leon sicher auch mal gut tun dann hat er vielleicht auch mal mehr Respekt vor den Leuten Ich hoffe ich habe mich ausgedrückt Zeiger da hat der Zimmermann das Loch gelassen da hat der Zimmermann das Loch gelassen Leon ist glaube ich der größte Mimon Barracker Fan auf YouTube und wenn ihr so weiter macht und so weiter zündelt dann wäre ich euer schlimmste Albtraum da könnt ihr Gift drauf nehmen jetzt reicht es vor Leon hat glaube ich niemand Angst nicht mal der Hund von Urbex verabschied habe die Ehre Genosse Elektronik ich beende hier auch mein Video ich freue mich schon auf Leons Stream am Sonntag ich hoffe das spielt auch ein paar KI generierten Lieder ab von meinem Zweitkanal auf Wiedersehen meine Genossen